Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ich habe gerade nochmal gespeichert und spiele im Anschluss unseres tollen gelaufenen Tarot-Rätsels. Ja, was ja nun doch, ob mit oder ohne Lösung, endlich mal geklappt hat. Jetzt gehen wir durch die Tür und schauen mal, was dahinter ist. Ich gehe davon aus, dass wir dem Finale sehr, sehr nah sind. Und ich gehe davon aus, da wir, na, hier war das, in unseren Gegenständen, ja, eigentlich alles so benutzt hatten. Bis eigentlich auf unseren Anhänger, dass wir das, und den Talisman natürlich, dass wir da vielleicht nochmal was von gebrauchen könnten. Und deswegen gehen wir durch die Tür und lassen uns überraschen. Okay, ein unheimlicher Flur erstmal. Bei der was genau ist? Ein Weg entlang. Wahrscheinlich keine Monster mehr. Auf jeden Fall geht die Kamera nicht zu ändern. Sehr unheimlich. Halt so voll Alessa-mäßig. Und das, obwohl das ihre zweite Persönlichkeit quasi ist. Aber Heather ist halt auch Heather und nicht Alessa. Alessa ist halt ihr Vorgänger, ich. Ventilator erschreckt mich nicht so. Ich dachte, da wären jetzt voll die Monster. Da ist ein riesiger Ventilator, ich komme da nicht durch. Wie darf ich das verstehen hier? Boah, unheimlich. Und echt düster. Dann gehen wir mal durch. Was? Was do I want? Well, for the two of you to die, that'd be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. Oh, but I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has terrible taste. You mock God. Traitor. You will go to hell. Not that again. Who do you think you are claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home? This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way... Then you'll kill me? Well... The guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You'll go to hell! What did you do? Oh, nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No. The beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I am saddened that you didn't agree to do this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. Happy people can be so cruel. Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering? Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. And save you too? A happy ending? I'd rather go to hell. No. I don't expect to be saved. And that's fine. Alessa, my dearest. For the pain that I've caused you, I deserve no mercy. Even if it was to save mankind, it was too deep a sin. It was hubris for me to try to hasten the day of her arrival. Sacrifices were made. And those are my sins. If you feel so guilty about it, why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent. The seal of Metatron. Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. But God loves even you. No, Alessa. There's nowhere else to run. Just accept it, Alessa. The pain will disappear. I've been waiting so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming of this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day! Alessa! Alessa! Oh, da sind wir wieder. Was ist jetzt? Kann ich sie angreifen? Hallo! 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 Oh, wie soll's? Oh, was? Gold! Ring of Salvation! Was? Oh. Ja, da hab ich wohl... Was? Okay, Game over mal eben. Fortsetzen. Wo bin ich dann? Wieder in ihrem Zimmer und so und alles nochmal? Oder wie? Okay. Lass mich raten. In ihrem Zimmer. Bis gleich. Ja, das Einzige, was an der Stelle vielleicht jetzt übrig bleibt, statt auf sie loszugehen, ist eigentlich nur noch unser Amulett. Und da sie ja auch irgendwas gesagt hat, von wegen, du kannst mich mal so... Und das geht sogar. Okay. Gehe ich fast davon aus, dass da drinne das Aglao-Zeug drinne ist. Warum nicht gleich so? Naja. What are you doing? Dad. She is nearly here. Die Claudia. Die ist echt verrückt. Töte das Ding. What did you swallow? Eeeh. Töte das Ding. What is this? Der Embryo von God? Töte das Ding. Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! Na toll. Oh, eklig. Wie? Alessa, du kannst du Gott nicht töten. Ich werde... Ich werde Gott birthen. Wenn du das nicht kannst, Alessa... Ich werde... Claudia! Claudia! Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Okay, was hat sie denn da jetzt bitte runtergerissen? So eine Scheiße! Hätte ich speichern können vorher? Oh, jetzt ist zu spät. Ah, wenn das düstere Loch. Super! Oh Mann, jetzt kommt bestimmt voll der Bosskampf. Ich warte ja schon die ganze Zeit drauf. Juuuuh! Juuuuh! Das ist Gott! Ähm... Ja, toll. Kann ich hier nicht benutzen. Ähm, scheiße. Okay, jetzt geht's ab in den Bosskampf mit dem Maschinengewerb. Was kann ich machen? Oh, oh, oh! Sie zielt gar nicht irgendwie. Okay, das war gut. Ah, immer Rauch auf den Kopf. Auf den Kopf, alles klar. Okay, wie geht's dir? Bist du schon voll schlecht? Ja, voll schlecht. Komm mal runter. Komm mal her. Oh. Okay, steh auf. Okay, leer. Ähm, so läuft super. Äh, ja, Waffen. Scheiße. Aufstehen. Mädel, aufstehen. Ja, und jetzt? Ah. Ich will immer, ich will den immer so runterlocken. Damit der mal mit seinem Kopf runterkommt. Okay, da kommt das Feuer wieder. Das ist toll. Ah! Nicht ins... Nein! Oh, das... Da stirbt sie aber schnell. Und jetzt war der Kopf wieder unten. Äh, ich brauche noch eine Übungsrunde. Sorry. Und wahrscheinlich darf ich wieder sonst wo laden, ne? Darf ich wieder im Zimmer anfangen? Oh, bestimmt, ne? Weil das so fair aufgebaut ist, das Spiel. Nee, tatsächlich sogar hier. Das ist ja klasse. Super. Ja, dann geht's los hier. Komm her. Ach so. Sollte ich vielleicht mal eine andere Waffe nehmen? So, kommen. Komm. Juhu. Na, komm. Komm. Komm runter mit deinem Kopf. Du ekliges Vieh. Das wird nix. Na, komm. Mach dein Feuer. Ja. Mach, lauf. Oh, ich hasse das, wenn sie so stehen bleibt wegen dem Laden. Das ist immer voll doof. Und ihr geht's auch wieder schlecht. Das merke ich. Ich sollte mal was nehmen, bevor sie mir hier wieder wegstirbt. Komm runter. Komm runter. Noch eine Runde Feuer. Alles klar. Hab's wieder geschafft. Edge bed. Krieg dich noch. Du. Vieh, du. Komm runter. Komm. Ach so, warte. Ich glaub, die kannst du wieder gar nicht. Dann brauchst du wenigstens da gleich nicht stehen. Nee, das bringt nicht. Nehmen wir mal die... ...Geschichte hier. Ja. Und immer wenn sie... Ja, sie ist schon wieder hier. Immer so einen. Und noch einen. Genau. 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 Hilfe. Jetzt kommen die von beiden Seiten. Das war gemein. Komm mal runter mit deinem Schädel. Hier geht's schlecht. Ich muss was tun. Ampulle. Geht immer. Ja. Ja. Komm runter. Komm runter. Oh. Verdammt. Ich trau mich aber... Ja, nicht so gerne an ihn ran. Mach deinen Feuerscheiß. Lass mich in Ruhe. Ja, komm. Ich glaub, ist wieder Zeit für irgendeinen Drink. Ja. Auf jeden Fall. Muss aufpassen. Habe ich noch genug Muni? Mist. Ja. Komm. Weg da. Wie sieht's aus? Mit, äh... Ja, nimm mal einen. Wie sieht's aus? Ach, hab ich sogar noch Muni. Super. Wo ist dein Feuerchen? Da. Oh. Das hat mich sogar getroffen. Scheiße. Das war knapp. Kommst du mal? Ah. Ich brauch eine Ampulle. Ich merk das. So, das war's jetzt. Es läuft aber noch okay. Komm, komm, komm. Ah. Bin ich doch reingelaufen. Nicht so toll. Und wieder zurück. Und, und, nein. Gemein. Komm runter jetzt. Weg da. Weg da. Oh, sie ist so langsam immer. Das ist die Scheiße. Ist ja nicht so, als ob ich das nicht merke. Aber es reicht halt nicht. So, ich hab jetzt echt ein Problem. Ich hab echt ein Problem jetzt. Scheiße. Ich hab mehr Muni als sonst was. Oh, oh. Jetzt, jetzt muss ich echt... Oh, oh, oh. Jetzt wird's brenzlig. Jetzt darf ich eigentlich gar keinen Fehler mehr machen. Hm. Da hab ich Schiss vor. Da hab ich... Nein. Da hab ich Schiss vor. Scheiße. Da bleib ich stehen. Okay. Ja. Nein. Pass auf, pass auf. Nein. 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 Na weg da, weg da, weg da. Oh, 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 oh. Jetzt vibriert's wieder. Oh Gott. Na, ich muss doch langsam mal sterben. Scheiße. Nein. Ich will nicht sterben. Ich hab ihn doch gleich. Ich weiß es. Nein. Komm bitte runter. Komm bitte runter. Nein, komm. Das gibt's doch nicht. Nein, komm weg da. Weg da, weg da, weg da. Scheiße, jetzt musst du sie neu laden. So eine Kacke. Oh. Kommst du bitte runter? Mach. Ja, super. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Jetzt hänge ich hier. Kannst du Pistole nicht nehmen? Ja. Schieß rauf, bitte. Komm. Komm. Oh, bitte, bitte, bitte. Shit. Ey, das gibt's doch nicht. Nein. Nein. Komm runter. Nein. Nein. Scheiße. Oh, ich war so kurz davor, Leute. Oh, das gibt's nicht. Ich wette, das Vieh wäre gleich gestorben. Ich wette. Leider gibt es noch einen letzten finalen Part von Silent Hill 3. Es tut mir leid. Ich hab's nicht geschafft. Aber alle guten Dinge sind drei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.